willkommen auf meinem youtube kanal ich bin jetzt hier in der windschutzhöhe herinnen also das ist jetzt hier bin ich jetzt befinde ich mich jetzt in meinen also hallo auf meinem youtube kanal ich befinde mich jetzt hier auf der windschutzhöhe in der windschutzhöhe drinnen selber so schauts da herrin aus in der windschutzhöhe und jetzt werden wir mal die chefin dann fragen wie das ist hier die bar in der windschutzhöhe da geht es zu die toiletten rüber da haben wir auch noch einen raum da gibt es auch noch einen raum hier in der windschutzhöhe auf jeden fall gibt es die windschutzhöhe schon lange aber der kellner weiß selber nicht wie lange ich auch nicht ich weiß nur dass das die windschutzhöhe schon lange gibt hier und ja auf jeden fall ist das hier jetzt die windschutzhöhe so schauts da herrinnen aus in der windschutzhöhe in bad kasteiden also ich habe zur information jetzt kriegt dass die jetzigen pächter die windschutzhöhe schon bei die zirka drei jahre schon jetzt also die jetzigen pächter was es hier sind schon ungefähr bei die ja drei jahre ist es von die windschutzhöhe haben die jetzigen pächter von der windschutzhöhe sind es ungefähr bei die zirka drei jahre jetzt hier aber die windschutzhöhe selber gibt es schon noch viel weit länger noch ich muss noch was sagen für das was ihr ja ich habe ich habe zwar auf pause gedrückt aber irgendwie bin ich da hat es mich dann rausgeschmissen und deswegen kommt jetzt hier das zweite video also doch auf zwei videos geteilt ich weiß nicht was da passiert ist mich jetzt einfach mal rauskaut bei meinem handy egal jetzt ist hier das zweite video in der windschutzhöhe drinnen wo die jetzigen pächter schon ist die windschutzhöhe bei die zirka drei jahre haben aber die windschutzhöhe selber ist schon noch weit älter die gibt schon weit mehrere jahre sonst ja das video ist jetzt nicht so ganz gelaufen wie ich es geplant habe aber egal hauptsache ich bin hier in der windschutzhöhe drinnen und ja so schaut hier aus in der windschutzhöhe so schaut hier aus in der windschutzhöhe genau das wollte ich aber nicht das wollte ich aber nicht das licht ist das licht eingeschalten das wollte ich nicht hallo ich bin hier auf der windschutzhöhe ja das video ist nicht so ganz gelaufen wie ich es geplant habe aber ist egal auf jeden fall habe ich hier von der windschutzhöhe in der windschutzhöhe auch noch ein video heute am 6 november 2021 im leicht verschneiten badgastein und ich werde jetzt auch dann gleich einmal zahlen und runter gehen weil es ist schon es ist schon finster wie man hier sieht aber runter kommen durch auf jeden fall und somit werde ich jetzt das video von der windschutzhöhe in badgastein schon langsam beenden hm